Hey Leute, was geht? Ich hoffe euch, dass die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen. Halle durch, wir sitzen alle im selben Boot. Ja, scheiße halt. Inseln-Nudelgerichte-Rahmen. Ich finde die Dinger übel geil. Mir schmecken die voll gut. Ich esse die voll gerne mal abends. Meine Frau sagt, das ist kompletter Trash. Aber jo, was gut schmeckt, schmeckt gut. Kann man auch nichts dran ändern. Diese Inseln-Nudelgerichte sind super einfach zu machen. Du kippst einfach Wasser drauf. Sogar Wasserkocher, Wasser erhitzen, die Klappe auf, Dingens rein, Gewürze und so weiter. Und dann kannst du dieses Zeug da snacken. Ich finde es übel geil. Weiß nicht, vielleicht denkt ihr jetzt voll der eklige Typ. Und ein Gebet, das immer wieder benutzt wird wie so ein Rahmen Inseln-Nudelgericht. Das ist Vaterunser. Und darum geht es heute. Let's go. Das Vaterunser. Das ist ein sehr bekanntes Gebet. Und jeder, der Konfirmation gemacht hat, musste dieses Gebet spätestens da auswendig lernen. Ich muss es sogar noch in der Grundschule auswendig lernen. Vielleicht war das bei dir auch der Fall. Auf jeden Fall ist dieses Gebet wahrscheinlich das bekannteste christliche Gebet, das es gibt. Und dieses Vaterunser-Gebet, das finde ich wird immer sehr interessant gebetet. Das wird wie so ein Sing-Sang-Gebet. Kennst du das? Und so fühlt sich manchmal dieses Gebet irgendwie an. Es wird einfach so runtergeleiert. Es wird einfach nur irgendwie rezitiert. Und man muss auch sagen, so wie diese Sachen formuliert werden, das fühlt sich auch schon sehr fremd an. Allein schon die Formulierung Vaterunser im Himmel, es wirkt schon sehr alt und antiquar. Weil eigentlich könnte man einfach sagen, unser Vater im Himmel. Und das wäre viel richtiger in der heutigen Grammatik, wie man das formulieren müsste. Das Wort richtiger gibt es glaube ich auch nicht. Schwierige Grammatik. Auf jeden Fall ist dieses Gebet einfach in seiner Formulierung irgendwie nicht so ganz rund. Und deswegen, glaube ich, lädt es auch dazu ein, dass man da eher abschweift. Die spannende Frage ist eher, in welchem Zusammenhang Jesus dieses Gebet gibt und warum Jesus dieses Gebet gibt. Ich bin nämlich der Auffassung, dass Jesus das Gebet nicht gegeben hat, damit wir dieses Gebet immer, wenn wir beten, runterleiern. Sondern, dass wir in ein mündiges Gebetsleben hineinberufen werden. Dann stellst du die Frage, okay Flo, hey, wie kommst du da drauf? Ich glaube, dazu müssen wir uns anschauen, in welchem Kontext das Vaterunser geschrieben ist. Das klassische Vaterunser, das wir beten, das steht in Matthäus 6. Matthäus 6 liegt in der sogenannten Bergpredigt. Die Bergpredigt ist so die große Antrittspredigt von Jesus. Dort legt er einfach mal so ein bisschen fest, die Dinge, die er für relevant hält im christlichen Glauben, beziehungsweise in seiner Nachfolge. Weil damals gab es natürlich noch kein Christentum, das heißt die Leute, die ihm nachgefolgt sind. Was diese Leute so zu glauben haben und wie diese Leute auch sich zu verhalten haben. Darum geht es in der Bergpredigt. Und für uns Christen heute ist die Bergpredigt an vielen Stellen eine Herausforderung, aber auch gleichzeitig eine Mahnung, richtig beten zu lernen, fasten zu lernen und auch spenden zu lernen. Erstmal einen Schluck Kaffee da drauf. Und das Vaterunser in Matthäus 6 ist eingebettet in diese Frage, wie sollen wir richtig beten? Die Jünger haben sich gefragt, also die Leute, die mit Jesus so ganz direkt unterwegs waren, ganz close mit ihm waren, haben sich gefragt, ja wie sollen wir eigentlich beten? Wie sollen wir eigentlich mit Gott, dem Vater, sprechen? Und Jesus, der gibt ihnen eine Idee, wie sie richtig beten sollen. Und eine Idee wäre auch, das Lichthirn anzumachen. Krasser Allegorie. Hä? Und die Gedanken, die Jesus an dieser Stelle den Jüngern mitgibt, die finden wir in Matthäus 6. Und da lese ich euch mal vor. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür. Betet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus stellt an dieser Stelle klar, hey Leute, es geht darum, wenn du betest, dann lass dich nicht durch irgendwelche Leute ablenken. Nämlich, wenn du in der Öffentlichkeit beten würdest, dann würden die Leute immer nur sehen, wie fromm du bist. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Bild, weil heute passt das nicht mehr so wirklich in unsere Zeit. Damals war es so, die Pharisäer, das war so die bestimmende Lehrgruppe der Juden in der Zeit von Jesus, die haben gesagt, es gibt klare Gebetszeiten, die man normalerweise im Tempel macht. Aber wenn du nicht in den Tempel kommen kannst zu beten, dann bete einfach an Ort und Stelle, wo du bist. Und die richtig Frommen, die haben wirklich alles stehen und liegen gelassen und haben dann an Ort und Stelle gebetet. Und das sind die Leute, von denen Jesus hier an dieser Stelle spricht. Und Jesus sagt, das machen die eigentlich nur, um zu zeigen, ich bin so super fromm. Ich habe zwar keinen Heiligenschein, den habe ich leider zu Hause vergessen, aber durch meine Gebetszeitung hier mitten am öffentlichen Ort, gepunkt 12 Uhr, zeige ich, ich bin super fromm. Und Jesus sagt, hey, ihr dürft gerne beten, betet auf jeden Fall, aber zieht euch davor zurück, damit es euch nicht darum geht, von anderen Leuten als super fromm gesehen zu werden, sondern betet, damit es euch wirklich darum geht, mit Gott Kontakt zu haben und mit ihm ins Gespräch zu treten. Heutzutage ist öffentlich beten wirklich nichts mehr, was in unserer europäischen Gesellschaft zumindest wirklich passiert. Und deswegen stellt sich die Frage, was sagt dieser Text uns heute? Und ich glaube, dieser Text will uns heute sagen, hey, bete für Gott. Und bete nicht für, damit es andere sehen und damit andere dich versonderlich irgendwie fromm halten. Lass deine Gedanken fokussiert sein auf Gott. Lass ihm wirklich deine Gedanken gehören und nicht das, was andere über dich denken könnten, wie super fromm du bist oder sonst irgendwas. Gebet ist immer ein persönliches Gespräch zwischen Gott und dir. Und der zweite Punkt, den Jesus den Jüngern an dieser Stelle mitgibt, ist, ab Vers 7 in Matthäus 6, sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin. So machen es die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Und bei diesem zweiten Gedanken, da geht es auch ein Stück weit darum, wirklich fokussiert zu beten. Aber nicht, weil man durch das Umfeld abgelenkt werden könnte, sondern da geht es darum, fokussiert zu beten, weil einem manchmal die Worte fehlen. So wie mir gerade. Gedankenlos beten habe ich gerade eben vorgelesen in diesem Text. Manchmal betet man einfach und sagt einfach die Worte vor sich hin, ohne dass sie wirklich eine Bedeutung haben. Im Kontext von Jesus an dieser Stelle, bei den Pharisäern, bedeutet das folgendes. Die Pharisäer, die haben nicht nur gewisse Gebetszeiten eingehalten, sondern wenn sie dann gebetet haben, haben sie nicht freigebetet. Sondern da gab es klar vorformulierte Gebete. Diese Gebete waren manchmal ellenlang und gingen eeeeeeeelich. Und deswegen, weil die so ewig lang gingen, sind die Leute natürlich in Gedanken abgeschwissen und haben irgendwas anderes gedacht. Und teilweise waren die Worte auch nicht einfach zugänglich. Das waren theologisch sehr vollgeladene Begriffe, mit denen jetzt der einfache Mann, die einfache Frau, vielleicht gar nicht so viel anfangen konnte. Und deswegen sind die Gedanken oft abgeschwissen. Und das bringt uns ganz schnell auch zum Vaterunser heute. Nämlich, ich finde, so wird heute häufig das Vaterunser benutzt. Wenn das Vaterunser einfach runtergebietet wird, sind es oft so ganz merkwürdige Worte, die man gar nicht wirklich nachvollziehen kann. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ist Gott also derjenige, der uns in Versuchung führt? Ist es nicht irgendwie der Gegner von Gott? Oder das Umfeld um uns selber? Ist es jetzt plötzlich Gott? Oder was bedeutet es an dieser Stelle? Und da gibt es so viele Fragezeichen, die aufkommen, wenn wir das Vaterunser beten, dass es an manchen Stellen einfach schwierig ist. Und da müsste man wahrscheinlich jede einzelne Stelle, jede einzelne Vers von diesem Vaterunser durchgehen und nochmal wirklich sauber runterdefinieren, was es jetzt eigentlich bedeutet. Wenn wir das Vaterunser einfach nur runterbeten, ohne dass wir wirklich einen Bezug zu den Worten haben, und dass wir verstanden haben, was die Worte eigentlich sind, die da drin stecken, dann kann es ganz schnell passieren, dass aus dem Vaterunser eigentlich mein Entfernter Bekannter wird. Und dieses Mein Entfernter Bekannter-Gebet, das habe ich mal aufgeschrieben. Das Mein Entfernter Bekannter ist vielleicht so eine Art Antischablone, vielleicht so das absolute Gegenteil von dem Vaterunser. Und ich habe es mal aufgeschrieben und möchte es dir einfach mal vorlesen. Mein Entfernter Bekannter, der du ganz weit weg bist, geheiligt werde mein Name, mein sorgenloses Leben komme, mein Wille geschehe. Natürlich im Himmel, wie auch auf Erden. Gib mir meinen täglichen Luxus zum Flexen und lass meine Fehler dich nicht jucken. Aber denk an die Scheiße, die andere machen. Führe mich nicht ins schlechte Gewissen. Bewirkt durch meine Versuchung, sondern erlöse mich von den Gewissenswissen. Denn mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in diesem Leben. Amen. Und ich glaube, ganz ehrlich, manchmal sieht unser Gebetsleben so aus. Und das kommt daher, weil wir das Vaterunser eigentlich nicht wirklich verstanden haben. Und ich rede hier nicht wie der absolute Gebetsprofi. Ich bin auch kein herausragender Betender. Das Vaterunser aber hat die Aufgabe, uns eine Art Schablone zu geben. Das Vaterunser funktioniert quasi wie so eine Art Gebet, dass wir auch beten können. Definitiv, das ist überhaupt nicht falsch. Aber das uns ein bisschen beibringt, was wir eigentlich beten sollen. Zum Beispiel in meiner Formulierung vom Vaterunser, dieses meine Fälle Bekannter, habe ich alles, was mit unser und wir und du ersetzt mit ich und meiner und mich. Und Vaterunser geht es nämlich überhaupt nicht um meiner und mich, sondern entweder um du, also um Gott, den Vater, oder um das uns. Also da schaut auch der Beter, Jesus, von sich selber weg und schaut auf die Gruppe um ihn herum. Und ich glaube, ganz häufig beten wir eher meiner, ich, mir, anstatt für andere zu beten und Gott zu ehren, zu lobpreisen, ihm die Ehre zu geben, anstatt uns selber. Und auch wir beten häufig, glaube ich, nicht gegen Versuchung, sondern wir versuchen eher, die Gewissensbisse auszublenden und dass die Gewissensbisse wegbleiben. Aber standhaft zu bleiben, wenn es auch mal schwierig wird in unserem Leben, auch standhaft zu bleiben in der aktuellen Situation. Ich glaube, darum geht es. Und das sollten wir wieder ganz neu lernen. Und das soll das Vaterunser für uns vielmehr eine Art Gebetsschablone sein, anhand von dem wir lernen können, was wir eigentlich beten sollen und wie wir eigentlich beten sollen. Und dadurch ist das Vaterunser dann nicht mehr nur ein Instant-Nudel-Gericht, irgendein Rahmen-Gericht, das ich einfach ausgieße und bete und hoffe, es passiert irgendwas, sondern das Vaterunser wird vielmehr zu einem Rezept, das ich nachverfolgen kann, aber nicht muss, sondern wo ich auch kreativ sein kann, wo ich dann auch meine eigenen Gedanken einfließen lassen könnte und es mir eher hilft, zu verstehen, wie man eigentlich beten soll. Da habe ich das Ding immer noch in der Hand. Und dann lade ich dich ein, ganz neu das Vaterunser zu entdecken und vor allem aber das Gebet zu entdecken, mit Gott zu reden, mit ihm ins Gespräch zu gehen, ihm dein Herz auszuschütten und ihm zu sagen, wie großartig er ist und ihm aber auch die Anliegen und die Sorgen und Nöte von dir und deinem Umfeld ehrlich zu bringen und ehrlich ins Gespräch mit ihm zu gehen. So, wir sind schon am Ende dieses Video angekommen. Vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast. Lass gerne ein Like da oder abonniere diesen Kanal oder was auch immer. Es gibt viele weitere coole Videos, die du noch angucken kannst. Hey, hier habe ich dir ein Video verlinkt von Dora. Die ist neu an unserem Team und happy welcome Dora, super, dass du mit am Start bist. Die hat ein Video gemacht zu der Frage, wie kann ich meinen Alltag mit Jesus strukturieren? Da kannst du gerne mal draufklicken und hier unten ist noch ein anderes, sicherlich hammermäßiges Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein.